Ich bin jetzt hier, in Washington, gehe jetzt in den Club. Hey, 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 hey. Wie alt bist du noch? Äh, 17. 17? Du weißt schon, wir kommen erst ab 16 rein. Ja, komm, mach eine kleine Ausnahme. Okay, danke. Lässt mir nachher in der Toilette ein, das ist cool. Alles klar.